ja jetzt heiße ich euch herzlich willkommen im video teil 3 video teil 3 habe ich gesagt gehen wir kurz auf die ausstattung ein in dem fall gehen wir auf die ausstattung ein was dieses fahrzeug hat und ganz kurz noch was es noch für zwei drei ausstattungs detail gibt dann gehen wir noch auf die motoren kurz ein was es für verschiedene motoren gibt ja würde ich sagen legen wir gleich los ich nehme euch mit gehen wir gucken was für ausstattung im fahrzeug verbaut ist bis gleich so in dem fall fangen wir an an der heckpartie wie ihr seht dieses fahrzeug hat einpark sensoren in diesem fall sensoren hinten das heißt sobald ihr den rückwärtsgang einlegt und dann rückwärtsfahrt gegen einen gegenstand fängt das fahrzeug an zu piepsen wenn wir hochgehen zu den rückleuchten seht ihr wir haben hier ein vor facelift facelift kam beim limousine bei der touring ab 2001 dort sind dann die rückleuchten anders die heckstoßstange ist anders an der heckpartie vorne sind die lichter anders und die frontstoßstange natürlich auch anders da kommen aber nachher dazu jetzt gehen wir ab nach vorne vorne stehen wir das fahrzeug xenon verbaut hat wir haben eine reinigungsanlage wir haben eine linse und es steht auch natürlich drauf seht ihr es auf der kamera nicht dass xenon verbaut ist das heißt doch relativ viel ausstattung bereits obwohl es ein fahrzeug ist aus 1999 die blinker auch alt beim facelift gehen die blinker nicht von oben nach unten geschwungen sondern gehen quasi von unten nach oben das dreieck steht oben weiter raus und die frontstoßstange ist beim facelift komplett anders also daran könnt ihr das unterscheiden jetzt würde ich sagen drinnen haben wir verbaut in diesem fahrzeug stoff sitze hier gibt es natürlich ledersitze und elektrische sitzverstellung was wir haben anklappbare und verstellbare außenspiegel finde ich relativ gut bei dem fahrzeug wir haben keine multifunktion wir haben kein tempomat das sind alles sachen die gibt es bei diesem fahrzeug ist hier aber nicht vorhanden im gegenzug haben wir elektrische fenster hier vorne und wir haben eine sitzheizung seht ihr hier unten und den rollo für die heckscheibe und hier oben die klimaautomatik und da drüber das kassettenlaufwerk da kann man natürlich abhilfe schaffen mit einem cd radio oder ähnliches jetzt würde ich sagen gehen wir mal ab nach hinten und schauen wir mal was es da noch an ausstattung gibt wir haben eine mittelarmlehne in diesem fall wir haben außen kopfstützen ist auch nicht immer selbstverständlich und in dem fall ist aber die rücksitzbank fest und nicht geteilt das gibt es aber auch optional bei diesem fahrzeug isofix und so weiter das gab es damals in diesem modell noch nicht ich bin der meinung das wurde erst im facelift nachgerüstet bin mir aber hier auch nicht sicher ja das war jetzt ein kleiner überblick vom fahrzeug innenraum jetzt gehen wir ab nach vorne dann gehen wir kurz die motoren durch wir haben hier den hebel hier vorne den hebel zum ziehen und dann kommt der schöne sechszylinder zum vorschein motorvarianten haben wir den 316i den 318i dann den ersten sechszylinder den 320i 23i 25 28 und 30 das sind dann die standard sechszylinder und dann gibt es natürlich noch die fahrzeuge von der mgmbh und von alpina sind allerdings auch alle sechszylinder allerdings natürlich motoren wie zum beispiel der e46 m3 mit 343 ps wo halt diverse bauteile natürlich getauscht sind sind speziell entwickelte motoren hochdrehzahl motoren mit einzeldrossel klappe etc pp aber da können wir jetzt im video im großen und ganzen nicht extra darauf eingehen vielleicht kriegt man mal so ein fahrzeug in die hände und dann wird man da auch nochmal spezielle videos machen beim thema diesel gibt es ein 18er und ein 20er diesel problematik haben wir vorher angesprochen nichtsdestotrotz kann man das natürlich auch kaufen verbrauchsthematik und so weiter ist halt ja relativ gut auch der 330d 6 zylinder turbo 184 ps macht natürlich laune ist natürlich momentan die problematik mit dem thema dieselfahrverbot etc dass es leider nicht überall funktioniert oder geht was wir hier sehen wir haben hier in den alten fahrzeugen noch einen ölpeilstab das heißt ihr könnt noch genau prüfen wie ist der ölstand hier vorne kühlwasser thematik hier drüben den servobehälter das sind einfach nur sachen wo man ohne elektronik noch schauen kann und wenn jemand begabt ist kann man an diesen fahrzeugen auch relativ viel selber schrauben jetzt würde ich sagen lasst ein like da lasst ein kommentar da vielen dank fürs video schauen und wir sehen uns wieder in einem unserer nächsten videos bis dahin und ich wünsche euch ein schönes und erholsames wochenende